Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video und zwar dieses Mal über das Abitur. Ganz ganz viele hatten sich das gewünscht, nachdem ich vorgeschlagen hatte, dass ich ja nach meinem Abitur noch ein Video übers Abitur drehen könnte. Denn ich habe auch schon eins vor meinem Abitur bzw. in der Vorbereitungsphase gedreht. Das kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken, da habe ich euch genauestens erklärt, wie ich mich darauf vorbereite und was ich so mache. Deswegen werde ich das in diesem Video zwar auch ansprechen, aber nicht so intensiv wie in dem Video, weil ich das einfach alles schon gesagt habe. Aber ich werde einfach so grundlegende Fragen, die wahrscheinlich jeder hat bzw. die ihr mir auch gestellt habt, beantworten. Und ich habe das jetzt gegliedert in vor dem Abitur, während dem Abitur und nach dem Abitur. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Zunächst wollte ich gerne sagen, dass ich meinen Abiturschnitt weder in diesem Video noch irgendwo auf Instagram oder sonst was preisgeben werde. Ich finde es einfach unnötig, euch meinen Abischnitt zu sagen, weil ich nicht verstehe, was euch das bringen sollte. Ich meine, ihr solltet euch meiner Meinung nach nicht daran orientieren, was ich habe oder, keine Ahnung, was für Noten ich insgesamt so habe, weil jeder Mensch da anders ist und ich kann nur sagen, ich bin zufrieden mit meinem Abitur und für mich ist das alles so gelaufen, wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe und ich finde einfach, mehr muss man dazu nicht sagen. Ich hoffe, ihr versteht das, weil ich weiß nicht, ich finde einfach, das ist so mein Abiturschnitt und deswegen ist es eigentlich auch völlig unwichtig, was ich habe, weil im Endeffekt zählt ja eure Leistung. Und ja, das sollte ich auf jeden Fall gesagt haben, weil diese Frage so häufig kam. Zunächst ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen, ob ich von Anfang an vorhatte, mein Abitur zu machen. Und ich hatte eigentlich schon ab der Grundschule immer das Ziel, dass ich mein Abitur machen will. Bis ich dann in die 10. Klasse kam, da hatte ich dann einfach für einen Moment lang genug von der Schule und dachte mir, okay, nach der 10. höre ich auf und mache eine Ausbildung. Und deswegen, ich wollte eigentlich schon immer mein Abitur machen, aber ich glaube, in der 10. hat jeder so einen kleinen Durchhänger, wo man sich so denkt, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen. Ich will, dass es so schnell wie möglich vorbei ist und deswegen dachte ich mir da kurz, für einen kurzen Moment, okay, ich mache es nicht, aber im Endeffekt war es mir selber auch irgendwo klar, dass ich es trotzdem machen werde. Und ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, das Abitur zu machen. Ich würde das einfach immer versuchen, außer man weiß wirklich, ich will den und den Beruf machen und dazu brauche ich einfach kein Abitur. Dann würde ich es natürlich nicht machen, aber wenn ihr auch gar keinen Plan habt, was ihr machen wollt, dann macht das Abitur, weil es ist immer gut, sein Abitur in der Tasche zu haben. Dann zu meinen Leistungskursen. Ab der 11. hat man ja dann nur noch Kurse, also Leistungskurse. Und meine Leistungskurse waren Mathe und Deutsch, also das war bei uns immer so, das musste man haben. Mathe und Deutsch hatte jeder. Ich weiß, das ist in manchen Bundesländern anders geregelt, aber bei uns ist es leider so, dass wir Deutsch und Mathe auf jeden Fall machen müssen. Und dann hatte ich noch Englisch und Wirtschaft. Und Englisch, da hätte man zum Beispiel auch Spanisch oder so wählen können. Aber ich habe mich für Englisch entschieden. Und Wirtschaft habe ich gewählt, weil ich mich schon immer für wirtschaftliche Abläufe interessiert habe. Und allgemein das einfach total interessant fand. Und ich hatte das Glück, dass meine ganzen Freundinnen oder die meisten meiner Freunde das auch gewählt haben. Das heißt, dass ich dann mit denen in einem Kurs war. Und ich habe aber auch von Anfang an gesagt, ich werde Wirtschaft wählen. Und selbst wenn ich die einzige von meinen Freundinnen bin, die das wählt, ich werde das trotzdem wählen. Mir egal, ob ich alleine in diesem Kurs bin und keine Freunde da habe. Hauptsache, ich kann dieses Fach wählen. Und das würde ich euch auch empfehlen. Es gab bei uns auch einige, die aufgrund ihrer Freunde einen Leistungskurs gewählt haben. Und im Endeffekt gemerkt haben, dass es überhaupt nichts für sie ist. Und dass sie es im Endeffekt einfach nur bereuen, das gewählt zu haben. Und deswegen lasst euch nicht irgendwie von der Entscheidung eurer Freunde beeinflussen. Weil das kann euer Abitur verschlechtern oder verändern, wenn ihr einen Kurs wählt, den ihr eigentlich gar nicht machen wollt. Aber dahin geht, weil eure Freunde das machen. Also in dem Sinne ist es total egal, ob eure Freunde da hingehen oder das machen. Macht einfach das, was ihr für richtig haltet oder was ihr glaubt, was zu euch passt, was euch Spaß macht. Und wo ihr am liebsten im Kurs sitzen würdet. Weil das werdet ihr auch die nächsten zwei Jahre dann durchziehen müssen. Und von daher lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen. Und überlegt einfach euch genau, was macht mir Spaß und was würde ich gerne machen. Ohne zu beachten, wer sonst gerne auch das macht. Dann kommen wir jetzt auch schon zur Vorbereitung. Ich wurde ja quasi diese zwei Jahre auf jedes Fach vorbereitet, weil der ganze Stoff, der zwei Jahre durchgenommen wurde in allen Fächern, kommt dann in eurem Abitur dran. Und ich habe dann in den Weihnachtsferien damit angefangen, mir Zusammenfassungen von jedem Fach zu schreiben. Das heißt, ich habe in Wirtschaft mir die ganzen Blätter rausgesucht, beziehungsweise in Wirtschaft habe ich alle Blätter einfach auswendig gelernt, die ich in diesen zwei Jahren gemacht habe. Das waren sehr viele, aber ich hätte in Wirtschaft, waren das solche guten Aufschriebe, dass ich das gar nicht mehr hätte zusammenfassen können. Und deswegen habe ich mich in diesem Fach dazu entschieden, das so zu lernen. Aber in allen anderen Fächern habe ich mir Zusammenfassungen gemacht. Ich habe mir nochmal extra YouTube-Videos angeschaut, beziehungsweise rausgesucht, die ich mir dann kurz vor dem Abi nochmal anschauen möchte. Und ich habe mir die Starkhefte, die Abiturhefte geholt. Das ist so ein guter Tipp. Kauft euch auf jeden Fall diese Hefte, weil da sind total viele Übungen für Mathe. Da sind mehrere Abiturprüfungen oder total viele Abiturprüfungen drin. In Wirtschaft auch. In Deutsch gibt es auch total viele Übungen und in Englisch auch. Also diese Hälfte sind wirklich, die müsst ihr euch kaufen. Meiner Meinung nach zumindest, weil damit kann man so gut üben und das bereitet euch so gut vor aufs Abitur. Und auf jeden Fall habe ich dann am Ende der Weihnachtsferien damit angefangen, mir Zusammenfassungen zu schreiben. Und das hat ewig gedauert, weil zwei Jahre zusammenzufassen und das in drei Fächern ist schon heftig. Und ich habe ungefähr dann vier Wochen vor dem Abitur, nee, vier bis fünf Wochen vor dem Abitur, habe ich angefangen, diese ganzen Aufschriebe zu lernen. Und zwar auswendig zu lernen. Ich bin ein Mensch, ich kann nur auswendig lernen, beziehungsweise ich muss mir die Sachen, ich lese sie mir durch und sage sie mir dann laut vor. Ich trage sie mir quasi selber vor. Und nur so kann ich lernen. Es gibt viele Leute, die leise lernen oder visuell lernen, keine Ahnung, aber ich bin einfach ein Mensch, ich muss mir das laut vortragen, was mich auch irgendwie stört. Aber ja, so mache ich das. Findet da auf jeden Fall erst mal schon vor dem Abitur, findet eine Technik, wie ihr am besten oder am liebsten lernt. Weil wenn ihr das erst im Abitur anfangen, ist das nicht so gut, weil die ganzen Noten davor von den zwei Jahren ja auch zu eurem Abitur zählen. Dann kommen wir jetzt zum Thema während der Prüfung oder in der Prüfungsphase. Ich habe wie gesagt einen Monat vorher angefangen zu lernen. Und Leute, ich war so nervös vor den Prüfungen. Bei der ersten Prüfung, also meine erste Prüfung war Deutsch und eigentlich war Deutsch so, da hätte ich gar nicht aufgeregt sein müssen, weil für Deutsch, ich weiß nicht, da kann man immer irgendwas raushauen. Aber ich war so heftig aufgeregt, weil ich dieses ganze System ja noch nicht kannte. Ich wusste nicht, wie wird das jetzt. Es kommt am Ende eine Aufgabe dran, wo ich mir so denke, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich schreiben soll. Und in solchen Momenten ist es dann immer gut, wenn ihr eure Freunde um euch rum habt, mit denen quatschen könnt. Am besten auch nicht nur über den Abistoff oder über das, was ihr gelernt habt. Weil wenn ihr dann merkt, okay, das habe ich nicht gelernt, dann macht euch das so verrückt. Und deswegen quatscht einfach mit euren Freunden. Mein Freund hat mir auch sehr gut geholfen, weil er einfach ein Genie darin ist, mich zu beruhigen. Und deswegen sucht euch Menschen, die euch in dem Moment ein bisschen runterbringen. Und chillt einfach, weil ihr müsst euch denken, ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Und im Endeffekt, das Abitur ist meiner Meinung nach eigentlich relativ leicht zu bestehen, weil man insgesamt in dem Abi-Blog kann man 600 Punkte erreichen. Und du brauchst nur 100 Punkte, um dein Abitur bestanden zu haben. Das heißt, wenn du in jedem Abiturfach 5 Punkte schreibst, dann bist du durch. Dann hast du dein Abitur geschafft. Und ich meine, das könnte man doch eigentlich bei... Jeder hat ein Fach, in dem man mindestens 9 Punkte erreichen kann oder normalerweise hat. Deswegen muss man sich da eigentlich nicht so krass Sorgen machen. Aber natürlich so ein bisschen aufgeregt sein, das ist normal, das gehört dazu. Und ich war es auch. Und ich sage euch, mit jeder Prüfung wird das besser. Bei der letzten Prüfung war ich fast gar nicht mehr aufgeregt. Und deswegen versucht euch da selber so ein bisschen runterzubringen. Das ist immer der beste Tipp. Viele haben mich auch gefragt, wie ich mich denn immer wieder motiviert habe, weiterzulernen. Denn in diesen 4 Wochen habe ich wirklich jeden Tag so gut wie durchgehend gelernt. Ich habe am Wochenende fast gar nichts mehr gemacht. Und da ist es natürlich klar, irgendwann hast du keine Lust mehr. Und ich habe mir dann aber einfach immer gedacht, so ganz ehrlich, diese 3, 4 Wochen, das ziehst du jetzt einfach noch durch. Weil erstens, du willst ein gutes Abitur haben. Und zweitens, danach bist du einfach komplett frei. Danach musst du nichts mehr lernen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Und danach kannst du einfach sowas von chillen, dein Leben genießen. Also häng dich jetzt einfach noch kurz rein, weil danach wirst du es bereuen, wenn du es nicht gemacht hast. Und wenn du es gemacht hast, dann bist du stolz darauf, dass du jetzt einfach feiern kannst und nichts mehr tun musst. Und aber vorher richtig Gas gegeben hast. Gelernt habe ich übrigens eigentlich nur alleine. Also ich habe nie mich mit mehreren Leuten getroffen, um zu lernen, weil ich das nicht kann, weil ich so nicht lernen kann. Ich muss mir, wie gesagt, meine Sachen laut vorsagen. Oder zum Beispiel Mathematik habe ich oft mit meinem Freund gelernt, weil er ziemlich gut in Mathe ist und er mir viel erklären konnte. Und wir haben dann immer zusammen Übungen gemacht. Und wenn er was nicht gewusst hat, dann habe ich vielleicht was gewusst. Und so haben wir das gemacht. Aber die meiste Zeit habe ich eigentlich alleine gelernt, weil ich das nur alleine kann. Wenn ihr lieber mit anderen Leuten lernt, dann lernt auf jeden Fall mit anderen Leuten zusammen. Aber macht da einfach genau das, was ihr glaubt, wie ihr am effektivsten und am besten lernen könnt. Also die mündlichen Prüfungen sind nicht so anspruchsvoll, meiner Meinung nach, wie die schriftlichen. Zählen aber natürlich auch weniger als eure schriftlichen Noten. Ich glaube, das zählt nur ein Drittel, die mündlichen. Aber natürlich könnt ihr damit auch extrem viel raushauen und euren Schnitt nochmal verbessern. Und dann kommen wir auch schon zu dem Thema nach dem Abitur. Und da wollten einige, dass ich so ein kleines Resümee ziehe, wie denn das Abitur war, ob ich es mir genauso vorgestellt hatte oder ob es schwerer oder leichter war. Im Endeffekt hatte ich mir das Abitur ungefähr so vorgestellt. Das Einzige, was mich extrem enttäuscht hat, war Mathe, weil ich für Mathe wirklich so, so viel gelernt habe. Und die anderen Matheprüfungen, die in dem Starkheft waren, auch eigentlich mittlerweile gut lösen konnte. Und dann kam einfach diese Mathe-Abi-Klausur und die hat mich sowas von fertig gemacht, weil ich, also ne, die war so schwer. Es haben auch einige Lehrer gesagt, dass das die schwerste Mathe-Abi-Prüfung seit 10 Jahren war. Und ich hatte echt gedacht, dass ich dann 0 Punkte haben werde. Wirklich, Leute. Ich dachte mir so, okay, das ist wirklich realistisch. Ich bin kein Mensch, der sagt, ich werde total schlecht sein, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich was richtig habe. Aber da dachte ich mir, okay, ich habe nichts richtig. Im Endeffekt war es dann doch um einiges besser, als ich gedacht hätte. Natürlich ist Mathe bei mir nie wirklich gut, aber ich hatte auf jeden Fall doch mehrere Punkte. Also konnte ich mich damit zufriedenstellen, aber sie war wirklich extrem schwer. Das hätte ich mir niemals so schwer vorgestellt. Der Rest war eigentlich okay und den hatte ich mir auch eigentlich ungefähr so vorgestellt. Im Endeffekt sind die Abitur-Klausuren einfach nur viel, viel längere Klausuren als eure normalen Klausuren. Aber vom Schwierigkeitsgrad her gar nicht mal so viel schwerer, würde ich jetzt persönlich sagen. Und dann habe ich auch noch ganz oft die Frage bekommen, ob ich mein Abitur nochmal versuchen würde, um besser zu werden. Und ganz ehrlich, Leute, nein, ich würde es nicht nochmal machen. Ich bin froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Ich finde einmal reich, dieses einmal kann man auch wirklich alles geben. Aber wenn ich das jetzt alles nochmal machen müsste, da hätte ich einfach keine Lust mehr drauf. Um ganz ehrlich zu sagen, ich hätte keinen Bock mehr drauf, mich nochmal so intensiv mit allem zu beschäftigen. Nochmal so viel zu arbeiten, wochenlang nur zu lernen. Das erste Mal, das war okay, aber nochmal würde ich es nicht machen. Und da akzeptiere ich meinen Abiturschnitt. Ich brauche gar nicht besser sein. Da ist alles okay, aber ich würde es nicht nochmal machen. So, und das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantworten können. Falls nicht, stellt die mir gerne in den Kommentaren. Ich werde auf jeden Fall versuchen zu antworten. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video ein bisschen weitergebracht. Und falls ihr nächstes Jahr euer Abitur macht, wünsche ich euch jetzt schon mal ganz viel Glück. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!